So und damit Willkommen zurück bei Left 4 Dead. Es war diesmal wirklich im Finale dieser, zumindest dieser Kampagne, oder Mission dieser, nämlich Bluthorst, ja ich muss da nochmal nachgucken, ich fand der vergesse Name mal. Ich glaube Blood Harvest, das klingt auf Englisch glaube ich ein bisschen cooler. Oh Mann. Oh, Benzinkanister, ui. Mal gucken, was wir mit dir so anstellen. Ach komm. Jockey ist ja auch noch. Oh. Danke, dass ihr mich anzündet. Na. Der Charger. So, holen wir den auf. Sind wir das? Wartet auf mich. Komm, irgendwer schreckt die doch jetzt sowieso auf. Okay, Witch ist die 5 mal, die lebt noch. Oh, wieder ein Feld. Ganz toll. Oh. Na gut, warten wir. Oh, jetzt durch, durch, durch. Hilft alles nix. Los, weg, ja. Aus diesem Scheißfeld raus. Jawoll. So. Smoker, ja, kann's sein. Tragetore, wo ist der? Da war der Boomer. Da ist er, ja? Jawoll. Okay, Smoker haben wir. Was ist mit den, euren ganzen HPs los? So, je, 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 je. Okay, dann schauen wir mal. Schauen wir mal, dass wir weiterkommen. Bam, Laser. Cool. Gut. Genau, Medikit. Was ist denn da oben schönes? Okay. Alles nicht so das Tolle. Jawoll. Hallo, Freunde. Oh, es sind schon wieder so viele hier. Das ist ja top. Okay. Ich sage dann Bescheid. Bisschen Munition wäre nicht schlecht. Davon habe ich nämlich kaum noch welche. So. Ah. Sieh an. Klasse. So. Branden wir jetzt von 10 Minuten brauchen, was dann sagen wir. Ich glaube, so lange werden wir es nicht wirklich brauchen, aber... ...ja, es wird sich vermutlich so lange anfühlen. Gesellschaft! Na. Oh. ich helfe dir war gut die anderen auch sehr gut Krass. Gut. Munition. So, jetzt aber wieder irgendwo ein Boomer. Oh, okay. Ah. Okay. Aber grundsätzlich würde ich sagen, läuft das ganz gut. Tank. Oh. Immer die maximale Monituren da haben, ist nie verkehrt. Boah. Ah, er hängt fest. Ah, jetzt nicht mehr. Boah. Boah. Nein. Ah. Ui. Okay, heilen wir uns. Oh, das sieht ganz schön verkohlt aus, ja. Der Gute. Charger. Charger. Allemann startet. Ah. Hau ab, Golomb. Die Brandmonik ist nur noch da. Ja, aber ich kann nichts nehmen. Schade. War auch doof, dass man das nur einmal nutzen kann. Wiederh滴. Ja, ja, mach ich doch. Ahhhh... Der ist auf jeden Fall irgendwo in Smoker unterwegs. Ja. 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 Das ist ganz gut. so so der schuss er wolle ja das stimmt weg hier ich muss mich verraten ja puh oi 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 der laster ist da der laster ist da wo das hier entlang ich höre ihn aber ich sehe hier einfach nichts ah einfach weiter nein nein bitte oh das wäre es jetzt ey jetzt schalter man hier während man schon im laster drin ist oh das war mal wieder eine knappe angelegenheit ey und ooo ui oi 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 hoi oi oi oon aber okay wir haben es geschafft wir sind draußen wir sind mehr oder weniger für das erste in sicherheit hui, wir konnten alle fliegen, wir haben es alle geschafft, gerade so mal wieder es ist der Wahnsinn, aber gut, dann sage ich jetzt mal wieder, danke fürs Zuschauen wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dann bis dann bis dann